Hallo und herzlich willkommen zu unserem Was ist Telltale's The Walking Dead Definitive Series Stream. Vielen Dank an die Entwickler, die mir hier einen Key zur Verfügung gestellt haben. Genau, das ist also jetzt hier die Serie. Also das ist jetzt einmal The Walking Dead von Telltale von Anfang bis Ende mit allem, was es wohl gab. Wenn ich das richtig verstanden habe, weil wenn wir jetzt zum Beispiel hier auf Season Select gehen, dann können wir hier den ersten Teil nehmen. Wir haben hier Season 2, The New Frontier, The Final Season und noch Michonne. Was irgendwie nochmal so ein separates, aber in dem Universum drin ist. Und genau. Klicke ich jetzt hier mal so auf. Und jetzt schauen wir mal, wie lange das braucht. Jetzt ist es gerade 19.02 Uhr. Gefühlt hat das nämlich vorhin echt so eine Minute gebraucht zum Laden. Noch lange zu laden? Ich will mich als ob ich in einer Bootloop hängen wird morgens. Oh. Aber ich habe auch gerade Probleme aufstehen. Das ist durchaus anstrengend. Magst du diesen Sound nicht? Welchen Sound nicht? Diesen Wind? Richtig krass war ja vorhin, hat es bei mir so richtig arg gestürmt. Hat es richtig schön gedonnert bei mir. Ich muss ja sagen, I'm a fan. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich finde die Schrift Aber Sophia was genau von dem Spiel meinst du also dieses dieses klicken die die das vogelgezwitscher der wind Also was macht das denn bei dir wenn du so den wind hörst? Ich müsste ja sagen ich bin ein großer fan von so wind Ich stand schon mal in Schottland auf so einem riesen riesen berg Hätte ich vielleicht noch lesen sollen Und da oben war ein richtig starker kräftiger wind so leicht warm auch Es war warm Egal Hat sich richtig gut angefühlt Auf der Toilette Ok bis gleich Es ist ein ganz neues Tag Und die Sonne ist her All the birds sing Und die Sonne ist ihr Du hast es nicht getan, dann. Warum sagst du das? Ich habe ein paar Kollegen nach dieser Prision gefahren. Gott weiß, wie viele. Normalerweise bin ich jetzt, dass ich das nicht getan habe. Und was sagst du? Ich sag ja, ich weiß, dass du nicht. Hm. Wir haben, was sieht, wie ein 1091E, bei der P3-Axis zu 25. Alle Autos haben gebeten, um zu schauen, für ein 91B in der Nähe. Ich folgte dir ein bisschen. Du bist ein Macon-Boy und alles. Du bist aus Macon, dann? Ja. Ich kam nach Atlanta, um zu sein, in den 70er Jahren zu sein. Ich wollte immer eine Mörder-Case machen. Ja. 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 Du bist die Regulärer in deinem Mann, in der Nähe. Du bist da? Ja. Du bist da? Ja. Gut. Das ist wichtig für dich? Alles. Ja. 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 Ich weiß nicht, dass ich es... Behandle ein Paar von Smart Folk-Glassen. Und er ist einfach wälder da. Er sagt, es war nicht ihn. Er schreit und schreit und schreit. Aller wo du sitzt. Dann, bevor lange, er beginnt zu kicken. Er beginnt zu schreiten, wie ein Fussi Baby auf einem Flugzeug. Und ich sage ihm, er muss aufhören. Aber das ist die Regierung, und ich werde ihn verraten. So er beginnt, und ich habe ihn verraten. Er beginnt zu schreiten, er beginnt zu schreiten für seine Mutter. Mama, Mama, es ist alles ein großer Fehler, es war nicht ich. So, er hat er das gemacht? Sie haben ihn verraten, verraten seine Frau, sie verraten, als die Jäsen kamen durch die Tür. Er sitzt in meinem Auto, schreit und schreit und schreit, dass es nicht er war. Ich glaube, er hat er selbst glaubt. Es zeigt, dass die Leute auf und schreiten, wenn sie ihre Leben verraten, sind es vorbei. Oh, ich habe noch eine gute Idee für dich. Diese ist ein bisschen weniger Depressant und ein bisschen mehr Hilarious, wenn ich etwas sage. Was ist weg? Was ist weg? Das ist weg, da bin ich nicht gestorben! ... Was ist weg, da bin ich nicht gestorben! Ich arbeite, aber... Welche... Oh, warum denn so? Hast du Bock auf das Spiel, oder was? Thirsty. Ah! Fuck! My leg! Well, shit. Hey! Hey, Officer! Are you alright? I'm still cuffed back here! Why the hell did he have his gun out? Mhm. I need to drag myself out that window. I need to drag myself out that window. Wow! Okay, cool! Wow! Okay, cool! A lot of an angel. Chill. The officer's shotgun is over there. Looks empty. It would be easier to carry with these cuffs off. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal zu den Kopf rüber. Schauen wir mal, ob der Schlüssel hat. Hoffentlich. Ansonsten wird es unprägig. Ah, ja. Da sind sie ja. Ah, ja. Jumps girl. Okay. Folgers? Ah. Ah, ah, ah! Schau! Ah, ah, hallo! Ah, hallo! Ah, ah, hallo. Ah, ah. Ah, 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 ah! Ich brauche mich da hinten hin. Hallo? Ich bin im Zivil. Dankeschön. Nein. Gut. Ah ja. One Angel. Kennst du... Kennst du das Spiel schon, oder? Ich meine... Wäre nicht so unüblich. Oh. Wait. Hilfe! Geh jemanden! Da... Da ist ein Schuss! Ich schlug den Sheriff. Aber ich schlug den Deputator nicht. Ja, was ist das für eine Perspektive? Ah. Ja, was macht's dir? Ja, was de lauf? No. Oh. 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 Oh, oh. Okay. Oh, lucky us, I guess. Hello! Anybody! I'd fill one of those teacups with some bourbon if I could. Anybody up there? No ladder. I'm not getting up there anyway. This leg way it is. Help! Okay. I wonder if anybody's home. I wonder if anybody's home. Hello? Anybody home? I need a little help. Somebody! Yell if you can hear me! Oh! 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 Is there anybody here? Oh! 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 I'm coming in! Don't shoot, okay? Ah, shit! Hello! I'm not an intruder. Or one of them. These people might need more help than I do. Oh! Oh, Jesus! Oh! 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 Okay, wait sick! Oh! Oh! Good. Oh Was that beeping? Hmm The Marsh House That's a Savannah area code But that's the type of note you'd leave a babysitter There are three new messages Hmm This place has been ransacked Just about anything worthwhile is gone Maybe there's something on there I hope it's not bad The Anruf Three new messages Message one Left at 5.43pm Hey Sandra This is Diana We're still in Savannah Uh, Ed had a little incident With some crazy guy near the hotel So we had to get him back to the ER And have it checked out Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight So we're staying an extra day Thanks so much for looking after Clementine And I promise we'll be back in time Before your spring break Okay Okay Ähm Spiel ist sehr laut Und Das hier Oh, so geht das Message two Left at 11.19pm Oh my god, finally I don't know if you tried to reach us All the calls are getting dropped They're not letting us leave And aren't telling us anything about Atlanta Please, please Just leave the city And take Clementine with you back to Murrieta I've got to get back to the hospital Please let me know that you're safe Message three Left at 6.51am Clementine baby If you can hear this Call the police That's 9-1-1 We love you We love you We love you We love you Daddy? Huh? Hello? You need to be quiet Are you okay? I'm okay They tried to get me But I'm hiding until my parents come home How old are you? Eight And you're all alone? Yes I don't know where anybody is How old are you? I'm uh 37 Okay Where are your parents? They took a trip And left me with Sandra They're in Savannah I think Where the boats are? Where are you? I'm outside of my treehouse They can't get in That's smart See? Can you see me? I can see you through the window Hello Oh, hello Sandra Ow Thank you Oh, hello Is that the picket Who could you see me? I can't do it I can't do it Oh, no I can't do it That's beautiful Oh, no Arrgh Ich denke, Sandra ist tot. Ja! Was ist das hier? Na, Nina. Mann! Hallo da! Du hast es getötet? Ich denke, etwas anderes hat. Vor mir, ich denke. Ich hörte sie zwei Nachts vor. Vielleicht ein von den Monstern hat sie. zwei Nachts vor? Ja, das ist wahrscheinlich was passiert. Du hast alle bei dir selbst durch das? Ja, ich möchte meine Eltern nach Hause kommen. Ich denke, das wird ein bisschen Zeit. Du wißt du? Oh. Schau, ich weiß nicht was passiert. Aber ich schaue dich bis dahin. Was müssen wir jetzt machen? Wir brauchen Hilfe, bevor es in der Nacht wird. Ja, es ist nicht sicher. Wir brauchen Hilfe, wenn du in der Nacht wirst. Und? 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 Meinst du die Sandra, die schon vorher tot war? Ja, schon. Ich Vater geworden. Jetzt habe ich ein Kind. Es war schon niedlich, wie sie seine Hand genommen hat. Ich finde es total weird, dass ich nicht hier zu dieser Tür hingehen kann von der Garage. Das ist so seltsam. Das ist so seltsam. Es ist eine sehr heiße Nacht. Was ist das Problem? Ich muss mich bleiben? Was? Ich will nicht in der Türkei in der Türkei heute Nacht, aber ich weiß nicht, ob ich mich verlassen muss. Was, wenn meine Eltern nach Hause kommen? Ich komme nach Hause. Hm. Ich werde dich nicht allein verlassen. Wir gehen zu irgendwoher, das ist nah, okay? Das ist eine gute Idee. Ich meine, wenn man da notiert. Hey Mann! Holy shit! Don't eat us! We're not gonna hurt you. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich habe mich für einen Moment, dass du und der kleine Ein, wir beide geben uns den Chomp. Was hast du gemacht? Ich versuche nach Hause. Das neighborhood ist ein Verbrechen. Du versuchst, aus hierher? Denn du solltest du sein. Diese Dinge sind überall auf dem ganzen Ort. Ich habe nichts mehr als Gnarly als diese Näheberhöhung seit downtown Atlanta, 15 Kilometer zurück. Ich bin Sean. Sean Green. Lee, das ist Clementine. Ich bin Chet. Wir sollten nicht in die Öffentlichkeit sein wie das. Wie solltest du uns helfen, und wir holen dich und deine Frau aus hier und nach meiner Familie zu fahren? Es sollte sicher sein sein. Ich bin kein Vater, um... Eine Nachricht. Sie Eltern sind aus der Stadt. Wir gehen. Bleib zu lange ist ein Fehler. Was willst du machen? Ich... Der Monster ist gekommen. Wir müssen gehen. Lee, schnell. Wir gehen. Was machen wir von diesen Mosch? Enhils sind에서. Dann ein Autorfit. In der Stunde. Das sind die Leute auch. Ich habe gerade gesehen, in dem Pickup ist Platz für ein Gewehr, hinten über der Kopfstütze, das sind so die Zwergarten, wo man ein Gewehr hängen könnte. Hey Sean, ich gehe nach Hause, meine Mama wird in der Schnitt sein. Kein Schmerz, Mann, ich werde dich morgen Abend treffen. Es war schön, dich beide zu treffen. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Es ist so schön, wie es der Zeit, die letzten paar Tage zu verletzt. Der Brecken, der Weg nach der Straße, denkt sein Herr, der Lange ist, aber das ist nichts neu. Ich hätte nicht zurückgekommen, ohne Chet. Nun, ich bin froh, dass du ihn mit dir genommen hast. Du hast ein paar Zwerge gebracht. Your boy's a lifesaver. Glad he could be a help to somebody. So, it's just you and your daughter then? Oh, not his daughter. He was her neighbor. Honey, do you know this man? Yes. Okay, then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Yeah, it's not doing so good. I can help you out. Sean run on in and check on your sister you take a seat up on the porch and I'll go see what I have Let's have a look. Yeah, this is swollen to hell It hurts like hell. I bet it does. What did you say your name was? It's Lee nice to meet you Lee. I'm Herschel Green How'd this happen? Hmm Car accident that so where are you headed before the car accident? Out of Atlanta I was getting out of Atlanta the news has stay Yeah, well, that's a mistake. We hit a guy one of those things you've been hearing about on the road. Who are you with the girl? I I was with a police officer. He was giving me a ride Awful nice of him. I'm an awful nice guy House is full up with mine. We got another displaced family of three sleeping in the barn You and your daughter are welcome to rest there. We're done here. I Didn't get your name darling Clementine Can't imagine what you've been through Clementine I'm looking after until we find our parents Hey dad, so I'm thinking first thing tomorrow. We got to reinforce the fence around the farm That doesn't seem necessary I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan I don't think anyone knows how big it is yet Your son's right you're gonna want to fortify this place stuff like that doesn't happen around here, Sean Dad, I'm serious Lee come on tell him what you saw out there man I Saw a cop come back from the dead Well, do what you think you should we got plenty of chores as it is Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We got to do it really I already said okay Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow Thanks If your leg gets hot or the swelling doesn't go down. You're probably dealing with an infection What do we do then? We'll probably just have to shoot you We'll clean it redress it and you'll be fine Okay, that'd be preferable There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early Come tomorrow which way you think you're headed Towards making I suppose Yeah, Yoshi will be the thing is Yeah, Yoshi will be the thing is I don't know what it smells like I don't know what it smells like Duty 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 Cute I miss my mom and dad I bet How far is Savannah Pretty far Pretty far Oh Okay Niesel wird gespielt Ich mein ja auch die ähm Die TV Serie Ich glaub irgendwie Das war's I love you baby Löffel 2 oder so Löffel 2 wird ja glaub irgendwann mal gesagt Ähm Ein paar Sachen zu der Infektion Also zum Zombie-Virus Hey, komm! I'm itchy Well, you slept in a barn, little lady Lucky you don't have spiders in your hair But I bet your daddy scared them all away, huh? I'm, uh, not her dad Name's Lee I'm Kenny Dad, we're in a middle of fence There's a tractor and everything Dude We better get going or we won't hear the end of it That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though Dodging or quacking? Quacking Dad! See? The word is you were on your way to Macon My family's from there Well, Macon's on the way And personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to I'll see what the girl would like Ah, gotta consult the missus I understand Honey, Duck, this is Lee And, uh, what's the girl's name? Clementine Clementine That is a very pretty name Thanks Well, we should get to work We've all seen what those things can do out there We've all seen what those things can do out there So the faster we get this fence up, the better I wanna build a fence Yeah? Well, I need a good foreman You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it That's like we need Liz I can keep an eye on your little girl here on the porch We can visit Oh We passed so many people that needed help and we just passed people over some just, just It's okay, it's fine, you don't have to say anymore I want to go home tomorrow, but even then I can't take away the things we, the things Duck went through Don't you wanna go back to the moment before you knew about all of this? Anybody in their right mind would? Families and barbecues and beers with good friends All of those things Those are the things we live for, right? With those gone, what's the point? Klingt ja echt, ähm, abit unser Freund hier Hm Ah ja Hm Genau, ähm Und Teltier Games, ich weiß nicht, die Im Prinzip, point and click Ist Ist etwas, was ich spiele Ähm The Walking Dead ist noch eine Serie, die ich geschaut habe Leider irgendwie nie zu Ende geschaut, weil Irgendwie, keine Ahnung Ich in Serien schauen, ist furchtbar Wenn ich nicht gemeinsam mit irgendjemandem mache, dann Dann endet das meistens darin, dass ich vergesse, dass die Serie existiert und dann Mache ich andere, andere Dinge Und Hm Aber ja, ich habe mir halt auch so lange schon keine Spiele mehr gekauft Deswegen war es auch gar nicht so die Frage, ob mich das Spiel abholt oder nicht Sondern eher so ein, naja Ich habe keinen Key dafür bekommen Also spiele ich es nicht, weil ich habe eh keine Zeit Und jetzt Jetzt habe ich einen Key bekommen für einmal die Definitive Series Das heißt alle, ähm Irgendwie Chapter 1 bis Ende Und auch die, äh Das, äh Michelin Kapitel Und da dachte ich so, komm dann schauen wir mal gemeinsam rein und ähm Schauen wir mal Was das Spiel so und so kann So, äh Was machst du, wenn Die Hörer sind nicht herum Ich bin ein Veterinerin zurück in Fort Lauderdale Wie Herschel hier Except Mehr mit Hörern und Katzen Und äh Nicht Hörern Was ist das, was du machst, Lee? I used to teach up at the University of Georgia We need to hope that we can go back to our jobs soon, Lee Back to normal It can't stay like this Ha, yeah, my mistake We'll all be home soon Es ist irgendwie Es ist irgendwie witzig, dass hier dieser Satz gesagt wird Ja, das kann ja nicht so bleiben Komm, wir müssen irgendwann wieder in die Normalität zurückkehren Das ist so Aha Du denkst dir so Ach komm Das kann doch keiner in der Situation irgendwie sagen Und dann haben wir das da draußen Und du denkst dir so Ah, okay, hm Vielleicht muss ich mich bei dem Bei dem Scriptwriter vielleicht dann doch mal entschuldigen Äh, äh, entschuldigen Äh, äh, toll wie wichtig ich mein Mein Eltern auf einmal bin Also ich bin die Einzige, die das Haus verlassen darf Ah Ähm Ja, das ähm, Nina, ich kann das irgendwie verstehen Kann ich sehr gut verstehen Ich bin jetzt gut Ich glaube, wir sind einfach gut Ich denke, wir sind einfach gut Clementine war mir über die erste Grad Oh, um, wie ist das? Es ist einfach Well, ja Well So, you're good? Anyway It's almost like we didn't see people eating each other for the past three days It's peaceful here, no? Back in a bit Okay, Lee You having a nice time with Katja Clementine? Yeah Nice Seems like those two are getting along He seems like an alright dude It's not the most reliable pickup in the world, but it gets the job done Hey there, uh, Kenny Okay Hoffentlich ein gutes Gespräch Need any help? No, I think I got it Do you need any help? What do you mean? I mean, in taking care of that little girl You know what you're doing? You got kids of your own? I have no idea what I'm doing At least you're honest Shit Better than I was when Duck showed up You'll figure it out How's your son doing? Good, I think Katja's got a sister up in Memphis We were coming back from visiting her We were in a gas station and some guy grabbed my boy I thought he was kidnapping him I was on the fucker in about two seconds and... Christ Just lucky I was there We saw a lot of bodies before we stumbled upon Herschel's But... We're a tough family, Lee Ain't nothing gonna faze us So what's your family's plan? Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out Government will start handing out shots and the National Guard will do its thing On the odd chance things got too bad, we could hop on my boat I guess You've got a boat I'm a commercial fisherman, catching mackerel, dolphin, whatever's biting and paying Katja wouldn't be wild about it, but the boat's not that bad See you Halt, der fangt Delfine? Zum Essen? Was ein Assi Anderseits, wann spielt nochmal der Walking Dead? Gab's ne Zeit wo's ok war Delfine zu fangen? I'm confused You know how to drive it? Natürlich nicht. Ich kann dir eine riesige Kritik an der US-Farm-Bildung geben. Ich bin gut. Yoshi Bear, ich meine hier in Amerika. Niedlich. Niedlich. Ich weiß nicht, was ich da war. Ich weiß nicht, was ich da war. Mein Vater weiß nicht wie schlecht es ist. Nein, er weiß nicht. Ich habe einen Mann in Atlanta gesehen, einen Mann. Ein Mann. Ich hab ihn gerade in den Augen. Ich weiß nicht. Er war ein Mann in den Walken? Ich weiß nicht. Er war entdeckend den Mann, oder für Hilfe. Er war nicht mehr. Er war entdeckend. Er war entdeckend. Er war nicht mehr. Er war nicht mehr. legte die Barsche zwischen den Kindern. Und legte den Trigger. Du hast nicht so gesehen. Es ist nicht wie in den Filmen. Er war nicht so, wie du denkst. Du musst es tun? Du musst es tun? Geh. Hast du noch einen? Oh. Ich habe einen. Ich könnte einen. Ich könnte einen. Vielleicht. Wenn es weit entfernt ist. Ich bin einfach glücklich, dass wir diese Barsche gebaut haben. Dad einfach möchte die Familie sicher. Und denkt, dass Menschen in die Welt ein größeres Gefahr ist, als was da drin ist. Wie geht es dir? Wie ist deine Familie? Mein Bruder und Eltern sind in Macon. Ich hoffe. Oh Mann. Ich hoffe auch. Vielleicht ist es da nicht zu schlecht. Das ist wahrscheinlich alles, was ich für heute kalt brauche. Danke. Ja. Boah, da sind wir nach Urlaub. Und Sean. Danke nochmal für die Fahrt. Tschüss. Kein Problem, Leigh. Ich kann dich nicht hinterlassen. Auf jeden Fall. Wenn du meinen Vater hier sehen möchtest, er möchte etwas Hilfe in der Barsche. Ich glaube die Serie nicht zu Ende geschaut. Es steht noch an. Oh ja, ich habe so ein bisschen geschaut. Ähm. Oh ja. Oh ja. Oh lange nicht alles. Und du Dora? Schauen wir es los. Oh ja. 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 Oh no. Oh. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Uh... Ja. Ich habe dich. Wir sind fast durch. Jetzt ist es schon. Get das Tractor auf mich. Please, help me, please. Um. Oh. Ja. Get out. Get the fuck out of here! I'm sorry. Sorry? Your son is alive. You don't get to be sorry. And you, you didn't even try to help. I thought I could help them both. You thought wrong. And now? Please. Just go. Get out and never come back. You've got that ride to Macon if you want it. So gruselig für dich, Sophia? Oder warum magst du keine Zombie-Filme mehr? Richtig bad. Also das ist krass, dass man hier, dass man entscheidend ist, wo man sich mal wirklich entscheiden muss. Das Ding ist, wenn die Story jetzt, außer sie haben wirklich so krass die Story splitten lassen. Ähm. Well, this is as far as we're going. Then it's far enough. Dann wundere ich mich, ob wir tatsächlich den anderen hätten retten können. Oh yeah, no. Not friendly. Oh yeah, no. Not friendly. Hilfe. Hilfe. Bekeh!" Entschluss!" heißt glaubt die Toten. Da wird gezeigt wie zum Apokalypse in Deutschland ablaufen würde. Oh was? Was warum? Warum werden sie so angebrüllt? Leigh? Kannst du diese Frau glauben? Diese Frau ist meine Frau. Ich kann die Beziehung. Mein Sohn wird nicht sein, um ein Rage- und Lunatik zu sein. Das ist für sicherlich. Sohn? Holy shit. Sonnig. Eine von ihnen ist bitten. Huh? Er war nicht bitten. Er war nicht. Wir müssen das jetzt enden. Über mein Todes. Wir spüren einen hole. Nein. Ich habe ihn verletzt. Es gibt keine Beziehung. Er ist gut. Die Leute verstehen das? Wir haben bereits gesehen das passieren. Wir lassen jemanden mit einem Beziehung bleiben, und wir kommen alle wieder zu spüren. Wir müssen ihn wegziehen. Oder schrauben ihn weg. Kenny! Stop ihn! Was machen wir mit diesem Mann? Dad, es ist nur ein Junge. Lilly, ich werde das machen. Wir haben ihn mit ihm. Mit dem blöden enden von einem Arsch-Handeln, vielleicht. Niemand wird meine Junge. Alle. Niemand wird alles tun. Niemand wird alles tun. Hör auf, Lilly. Und du. Hör auf. Sie werden uns finden. Sie werden uns in hier finden. Sie werden in hier kommen. Und nichts von diesem will fucking matter. Aber jetzt. Wir werden uns in hier verletzt werden. Mit einer dieser Dinge. Was bist du denn? Er ist bitten. Das ist wie du schraubst. Er ist nicht bitten. Bitte stopt das. Er ist ihn verletzt. Oh, ich verletzt ihn. Er ist verletzt. Er ist verletzt. Er ist alive. Dad, wir verstehen. Es ist ein großes Problem. Was ist das, wenn es deine Frau war? Es ist niemals passiert. Sie ist keine Snotnose-Toddler, okay? Sie ist die USA. Du und sie. Ich werde ihn töten. Ich werde ihn töten, Kat. Ich werde nur Gedanken über Duck. Lee. Ja? Es gibt jemanden da. Es ist gerade geschlossen. Sie sind in der Kiste. Sie sind in der Kiste. Sie sind in der Kiste. Wahrscheinlich. Hey, ich bin nicht der Schmerz. Ich bin nur der Schmerz. Ich bin nur der Schmerz für meine Frau. Nein, du bist der Schmerz für eine Kinder. Er ist mit Schmerz. Sie wird die Biste. Sie wird die Biste. Und wenn sie das tun? Die erste Sache wird erneut sein, seine Frau in seine Frau. Dann, wenn sie tot, er wahrscheinlich auf deine kleine Frau. Sie wird schnell gehen. Und dann wird es drei. Es ist ein kleiner Junge. Ich denke, wir können ihn behandeln. Ein kleiner Junge? Er wird ein man-eater nicht kontrollierender. Das wird nicht passieren. Es ist. Und wir werden ihn jetzt rauskennen. Kuck diesen Mann aus. Ich bin glücklich. Jesus. Oh, Mann. Wir sind echt schon... nicht so der... Geht weg von ihr, du Scheiße! Geht weg! Mann! What the fuck, was ist? You okay? Just great, thanks. Aber ich frag mich echt, warum wir sie vorhin so angeschrien haben. Uh... Guys? Everybody down! Stay quiet! Was ist ein Lifter? Ich weiß nicht. Sie werden in die Karte kommen. Sie werden in die Karte kommen. Shut up. Was das die Militär? Ich weiß nicht. Danke Gott für was, was es ist. Wir haben fast sterben wegen dieser Karte mit einem Ritchie Trigger Finger. Das war schlug. Das war... Das war... Dad! Ah! 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 What's wrong with him? It's his heart. My pills. Um... Nitroglycerin pills? Yes. We're out. We've been trying to get into the pharmacy since we got here. Please try to get in there. Behind the counter where the pills are. We'll get in there somehow. Thank you so much. We need nitroglycerin pills. Please get in there. I'll keep an eye on my dad. Everyone else should get comfy and look for anything useful. We could be in here a while. I'm starting to think this drugstore is in a permanent solution. You're right. This ain't exactly Fort Knox. What do you suggest? We need as much gas as possible so we can all get out of downtown Macon. Fast. Agreed. And I'll head out and get gas. There's a motel. Not too far from here. Out towards the end of Peachtree. I'll work my way towards it and then loop back. Siphoning over here. You know your way around? Local? Born and raised. If you're gonna do that, here's a walkie-talkie if you get in a tight spot. Hopefully you won't need it. Cool. Clementine's got the other one. Check in with her and get back here as soon as you can. And you? What's your name? It's Lily. My dad's Larry. Keep a good eye on him. These boys will work on getting you your medicine. That's right. And you? You keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly. You'll shift in with Doug when he needs it. For now, get some rest. You're a good shot. And I'd like to keep it that way. You got it, boss. Now get him those pills. So, endlich. Können wir mal... Es ist ein bisschen anstrengend, wenn ich die ganze Zeit diese Quicktime-Events quasi mit dem Sprechen habe. Weil dann muss ich mich darauf konzentrieren, dass ich irgendwie das Richtige sage und nicht irgendwie irgendwas gesagt wird. Ein bisschen doof. Ähm. Sagte es ja Ramadan. Die Fastenzeit der Muslime Iftas. Das kann man nicht die Fasten brechen. Ah. Äh. Nee, Yoshi-Bär. Aber was hast du lieber? Ähm. Igers oder I-Ladies? E-Girls oder I-Ladies? E-Girls oder I-Ladies? E-Girls oder I-Ladies? E-Ladies? 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 Also wenn du eher Big-Titty-Goth-Girlfriend-Typ bist, dann muss ich sagen, hast du eine sehr spannende Entscheidung bezüglich deiner Ehefrau gemacht. Weil irgendwie... Oh, sie hat das entschieden, dass du sie jetzt... Ah, der hat mich gezwungen, hm. Ah, du Armer. Ich bin nämlich schon aus einem 3, oder? Ehrlich. Witzig, wenn hier viele Leute... Das hier... Batterie-Duo... Jawel. Da sind keine Batterie in diesem Ding. Was jetzt? Da war's. Da war's. Ich bin... Ich bin... Überrascht, dass... Die mit der... Mit der Pistole... Nicht die Air Force-Frau ist eigentlich. Hoffentlich liest sie nicht mit. Hm. Ja. Wir könnten... Wir könnten ja einfach... Wir könnten ja einfach einen Screenshot schicken. Das wäre gemein, oder? Das wäre gemein, oder? Das wäre... Das wäre... Wir haben hier schonmal unser... erstes Pärchen. Wie warst du hier? Wir gingen auf, um den Cherry Blossom Festival zu lösen. Das ist wirklich hart zu spüren. Das klingt gut. Ich schaue immer noch die Batterie für diesen Tag. Danke. Ich mag es. Ich hätte es besser zurück. Ja. Wenn ich... A... Wenn ich... ein bisschen schaue mir an. Kann ich... einen hier... als markieren? Weil er ist der... IT-Gleitereitere. Das war's. Glauben sie... Woher? Ich bin... Nein, die Garten da unten ist closed. Wir können in der Karte sein und gut sein. Oh, hm. Okay, wir schauen uns mal. Cool, und wir halten es. Wir müssen sie nicht zurückbringen, mit irgendwelchen Unnäßigkeiten zu bringen. Agreed. Jesus. I think I'm gonna be sick. They just... Eat. As far as I can tell, that's all they care about. And if one gets you? They eat you. Then whatever's left comes back as one of them. How the fuck? Ich glaube, es wird mehr als ein paar Tage bevor das alles wird geschlossen. Ja, ich glaube auch. Wir sollten es gut aus hier halten. Es ist gut, dass wir hier nicht eine Chance haben, um hier zu sehen und die News zu sehen. Es wäre schön, was zu wissen, was passiert. Atlanta ist in rough shape, das ist alles, was ich weiß. Ihr habt euch versucht, in da zu kommen und zu holen? Ich habe es aber auch sehr gefährlich. Und dann ein paar Leute kamen und sie versucht. Und was ist passiert? Ich denke, sie sind die meisten von denen du sehen, über die da draußen. Es ist eine Kombination Lock. Schau mal die Menschen da oben. Better hin than us, hm? Oh, shit! Was? Kennen Sie diesen Mann? Er ist ein Kind. Er hat eine Beziehung. Oh, Sie sind von hier, hm? Können Sie jemanden, Sie wissen? Sie starten roten und werden alle schiefen. Schau mal, Doug. Schau mal die Uniform. Er könnte in der Droge-Store arbeiten. Er hat die Beziehung. Er hat die Beziehung in seine Beziehung. Es kostet sehr viel effort, um es sicher genug zu gehen, um zu gehen und sehen, ob er die Beziehung hat. Wenn wir irgendwie beziehungsweise dass er hier gearbeitet hat, ich denke, es wäre es wert. Ich will, was ich finden. Er hat eine Beziehung. Er hat eine Beziehung. Ja, es funktioniert nicht. Wie warst du hier? Ich bin hier. 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 nach Hause zu kommen, seit der Tod zurückgekommen. Oh, also. Du kennst dann wahrscheinlich die Beziehung? Ja, ich habe es. Gute Leute. Ich glaube nicht, dass es sexy Zombies in dem Spiel gibt. Die musst du in anderen Spielen suchen. Ich kann es nicht erreichen. Lass uns zurück in die Beziehung. Okay. Der Laden heißt Everett Prescription. Ich glaube, der hieß irgendwas Everett. Von daher. Good chances. Ja, da ist er doch. Muss von Urlaub kommen. Aber, hm. Das hat euch nicht geholfen. Nein. Entschuldigung, dass dein Lieblingsgeist von den Göttern war. Not yet. Wir können nichts passieren, Ducky. Ich weiß, Frau. Ich erinnere mich nicht sehr gut. Wir müssen zurück nach Fort Lauderdale zurückkommen. Wir machen uns nicht. Hey, Lee. Ich weiß, dass er nicht so gut ist. Es war eine gute Idee. Wir haben schlechte Planen. Das heißt, der Mann, der nicht geholfen hat. In der Hände. Wir, Kat und ich, nicht so gut ist. Ich denke. Sie ist ein schwerer Typ. Sie ist nur eine kleine Mädchen, Ken. Was hast du gesagt, Lee? Sie hat ein paar Tage überleben. Das stimmt. Nicht nur eine kleine Mädchen kann das tun. Was ist der Plan? Das stimmt. Es ist ziemlich gefährlich. Wir müssen uns warten, um die Dinge zu entfernen. Du hast gesagt, dass deine Familie von hier in Macon ist? Das stimmt. Wo sind sie? Wir wollen sie suchen? Das stimmt. Sie halten. Sie sind Hunger. Sie росery von dem? Sie haben die Erde. Sie sind entfernt. Es schleCHTarah. Sie sind zwischendlich gewesen, Sie vin wissen. Sie sind gut. Sie sind gut, Ich war nicht geladen. Ich habe keine Ahnung. Sie sind Allilarbeit mit uns, umsiame K sabbar. Klar. Back in Herschel's farm. Ja. Wir haben noch nicht versucht, ihn zu retten. Das Blut ist auf unsere Hand, weißt du? Wir lassen diesen Mann die sterben. Ich weiß, Mann. Ich weiß. Das würde ich nicht viel nehmen. Das ist das, was ich denke. Ich denke, dass er sein Gesicht sieht. Das war ein... Weirdes Interaktion. Hm. Live inside. Aha. Wie viele G-Bars gibt es hier? Warum liegen die alle kreuz und quer? Ja. So. Hey there. Hi. Can I, uh, get you anything? I'm okay. Maybe I'm a little hungry. I'll see about that. So, um... Are you okay? Okay. Uh, yeah, yeah. I'm fine. I just, uh... I'm good. That's good. Yeah, I think so. Being good is... Good. Despite the circumstances. Yep. Okay. Auch ein Gespräch. Any words from Glenn? Nothing. Is he okay? Yeah. I think so. You're doing a good job. Well, sit tight. Okay. Meinen Sie, es ist... ...die Voice-Actorin, oder was? Oder meinen Sie Ihre Antwort von wegen, dass sie okay ist? It's not much, but here you go. Thank you. Of course. How's he doing? I'm not sure I got your name. It's Lee. Lily. My dad's Larry. I was just doing what I had to earlier. Everyone was. Now his heart's acting up again, and I'm powerless to do anything. And that violence before with my dad... That didn't help. What's wrong with him? He's got a heart condition. He takes nitroglycerin tablets pretty regularly. I've seen a few bad attacks that he couldn't get over and needed to go to the hospital. Yeah, that's not really an option right now. I'm just trying to keep him relaxed. You're from here? I work at Warner Robins, the Air Force Base. Yeah, I know it. Pilot? Nah, just mechanical admin stuff. I deal with a bunch of shitheads and bureaucrats all day. Sometimes a plane, if I'm lucky. You? I work up at UGA. Was anyone here when you guys got here? No, this place was pretty wrecked. We pulled a couple of bodies out of the office. Are you okay? Yeah, I'm fine. Did you know anybody here? Yeah. The owners, they were... We were close. I'm sorry. We found an older couple in the office. Dad hauled them out in case they weren't really dead. The owner was dead. We found Clementine in a house. We found her house at home. At home. And we found her house at home. And we were there. The baby sitter who was zombie-affirized. With the hammer that brought us to the rescue. brachte, erschlagen. Ja. Und, äh, seitdem und wenn Susi, weil wir von ihren Eltern gehört haben, dass sie vermutlich nicht mehr schaffen, nach Hause zu kommen. Und, äh, genau. Und alle denken jetzt die ganze Zeit, weil er schwarz ist und sie so grob schwarz aussieht, dass er ihr Vater ist und er muss sie alle mal korrigieren von wegen hinein. Und weil es total weird ist, dass er eigentlich ja auch, er ist ja einfach nur ein random Dude, der vorbeikam, haben sie jetzt beschlossen, sie sagen allen, dass er ein Nachbar war. So, damit es keiner mehr so wirklich in Frage stellt und genau. Oh. 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 Ich kann nicht. Ich kann nicht denken über sie in hier. Die Karte führt nach der Hinterkarte. Ein Wunschwunsch. Das ist ein Wunschwunsch. Glücklich, es gibt nichts in hier. Meine Eltern kam in hier, in der Hoffnung zu verhindern. Aber es sieht aus, dass einer von ihnen erinnert ist. Ich weiß, ob es mein Dad ist. Ich bin ein Heroin, vielleicht. Ein Protektor, zumindest. Da ist ein Bild da. Findet ihr? Es ist ein Bild von der Familie in diesem Ort. Das könnte uns helfen, die Chancen nach dem Offiz. Ich weiß, wer du bist. Du bist Lee Everett. Du bist ein Professor in Athens, der verletzt einen Staatsanwalt mit deinem Frau. Das ist dein Vater. Ich weiß, dass der Vater in Athens ist. Aber ich bin ein Reporter für W.A.B.E. in Atlanta. Ich habe mich daraufhin daraufhin. Vielleicht bist du ein Mörderer, aber ich weiß nicht. Frankly, das ist eine Konsequenz, die in der Hand kommt. Hm. Du sagst jemanden, wer du bist? Oder dass du dich in diesem Ort bist? Nein. Ich habe einen Grunde genommen. Ich habe einen Grunde genommen. Ich habe einen Grunde genommen. Du bist ein guter Mann. Du bist ein guter Mann. Und das letzte Mal brauchen wir ist ein Drama. Du hast eine kleine Frau, die sich zu machen. Und... Schau, nicht mich falsch an das. Ich habe nicht gedacht. Gut. Denn wenn das lange dauert ein paar Tage, und du bist ein Konsequenz der Gruppe, dann haben wir eine Probleme. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich werde nur das selbst. Dankeschön. Danke. Tut mir leid. Wie geht's dir? Okay. Jeder in dir sieht gut zu dir? Ja. Achso, vielleicht nicht der sicker Mann. Ja, wir halten ihn. Es war das Ding in der bathroom. Er versucht mich zu holen. Ich weiß. Aber du stopt es. Ja, ich habe. Kannst du das mehr machen? Achso, ich werde nicht nachdenken. Ich meine, die gefährlichen. Ich werde versuchen. Gut. Hast du gehört von Glenn? Nicht in ein bisschen. Ich werde immer nachher schauen. Okay. 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 Was ist das? Das war mein Vater. Er hat sie oft hier herumtasen. War er sich? Er war nicht. Das war ganz gut. Ich habe ihn mit den Shoplisten gepfüllen. Das hat das im Platz gut gut gemacht. Der weiß noch wie er das Gericht hatte. Und er weiß wie es ausschaffen, dass sie so schön sehen. Mein Vater hat es mir gegeben. Schau, Vater ist so smart. Ich sollte einen Weg für die Tür öffnen. Wir sollten diese Tür öffnen, wenn wir die Chancen finden. Wir müssen diese Tür öffnen. Kann ich helfen? Natürlich. Hier geht's. Seid ihr Fingern in den Schrauben. Wie geht's? Ja, es ist nicht so schwer. Wie geht's mit alles außen? Es ist nicht gut. Nein, es ist nicht. Aber ich denke, es wird okay. Okay, hier geht's. Ihr angestrengtes Gesicht ist auch irgendwie niedlich. Hast du Kinder? Nein. Nein. Du hast eine Familie? Nein. Nein. Wie geht's. Du hast nicht meine Frage gestellt. Okay, ein bisschen weiter. Nein. 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 Aber hat nicht ihr ihre Fingerspitze geblutet? Was? Was? It's the remote to my dad's TV. That's what I figured. That's the door to the pharmacy. We should be able to find pills for Larry in there. The keys are on that zombie out on the street. Wanna head back into the drugstore with me? Okay. Lee? Yeah? You're not bad, right? Why are you asking me that? That lady said you killed someone. Was that because he was one of the things trying to eat you? No, he wasn't. Oh. Was he bad? He was. Hey there, this is Glenn. And, uh, I'm kind of in a jam here. Uh, little girl. If you're there, can you put your daddy on the phone? Or on the talkie, or whatever? This is Lee. What's up? So, I'm down at that motor inn, and... Well, I'm stuck. Stuck? Yeah, I, uh, saw a chance to get some supplies for the group. And a bunch of the roaming ones got to jump on me. I'm hiding over here, but they won't leave. What's up? Glenn's trapped down at the motor inn. Hey, Glenn. We're gonna talk it over and send a group to come get you, alright? Awesome. I'll sit tight till then. Sounds good. I'm gonna hold on to this until we get Glenn back, okay? I'll take good care of it. What do you think? I think Doug's not great around zombies, and you got your family here. I'll take Carly and her dead eye down to the motor inn, get Glenn, and get back here as fast as I can. If that's what you want to do, somebody's got to. Yeah. I'm in. Good. Doesn't sound too bad there right now. Let me know as soon as you want to head out. I could use a jog. Okay. So... It's not damaged. Glad this place didn't get looted. And... ... Mhm. So we'll see a look as we're just laughing. Try, get some rest, hon. How can I with those things out there? Oh, um, thanks. You're welcome. Are you sure your girl doesn't need it? She's good. I've been trying to keep her fed and watered. You're a good caretaker. Thanks. And... ... ... ... ... ... ... ... It's not much but here. You sure? Yeah. You're under quite a bit of stress. Thanks. That's, uh, really sweet. Don't mention it. Ah. It's not much but here. For the boy. Aw, thanks, Lee. He appreciates it. That's sweet, Lee. Ja, bisher... ...ist ein bisschen stressig, dass da... ...ähm, dass es immer so ein... ...ein Zeitdruck ist beim Reden. Das find ich eher so unpraktisch. How are we doing? Good. Want to go have a look around outside? Not now. Alright. How are we doing? Good. Want to go have a look around outside? Let's have a look around. Okay. Ah, sonst? Nicht. Was ganz okay. That guy over there has the keys. How can you be sure? I found this in the office. That boy and the photo worked here. The keys being on him is as good a bet as we can make. Yeah, I agree. We just need to figure out how to get out there and get them. You wouldn't need long, right? Nah. Just a few seconds. Maybe there's a way to distract them and buy you some time. Oh. 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 Think you can do anything with this? You know what I could do? What's that? It's universal. I could program it to work with those TVs across the street. Let's just hope the power is still on. You can just do that? I memorized all the codes when I was in AV. Let's try. Well, fucking done, Doug. All that dork nonsense might save a life. Who's to say it already hasn't? I got a few of them to take notice. I don't know. I've already looked at the connection. I haven't booked yet. I haven't booked yet. It could probably be around the mid-tex time. I'm going to go to the mid-tex time. I'm going to try to finish it. I'm going to try to finish it. I can't reach that brick. Open sesame. That won't work. I was kidding. Universal, but not that universal. I know, Doug. Doug, you want to get this door open? About that. You've got the combo, right? No. Did anyone ever have it? Look man, there were a lot of those things trying to get in here. And now we can't get back out onto the street. We're also parted to some egregious fire code violations. Um, okay. Yeah, well. Done. Do you think we're safe here? Well, I haven't been able to get through this gate so far. And the drugstore is safe enough, I think. Whoever owned it took good care of it. It's well stocked and it locks up well. Let's head back inside. Okay. I believe, Andrea, that comes on the hood and the two guys. If it's a big Ombrella is, it's possible. Or maybe it's difficult. This battery should fit the radio. Great, thanks. Hey, Carly. I better get back to it. Yep. Thanks, by the way. Don't mention it. Just remember what I said. Yeah. I will. Looks like nobody got a chance to donate anything before this all went down. Hm. Hey. I'm gonna get back to him. Sounds good. Ah, yes. Wie kommen wir jetzt an... ...das Lock? It's all melted now. How are we doing? If you don't mind, I think my family and I are going to rest for a bit. Let me know if that asshole over there takes a turn for the worse. You got it. Hm. Wie später. Hm. Hm. I'm still looking for batteries for that day. Thanks. I appreciate it. Hey there. You ready to head out? You got it. You? Yeah. Let's go. Wait, what? Es gibt ne Hintertür? Shit. Get down! Spätestens dann ja. Do you see what? You see that? Sure did. Be ready to shoot. Guys! Oh man, I'm glad you're here. Jesus, Glen! Right then wasn't so hard. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. No way. We gotta go. Now. Listen, I was out here looking for gas. And then, up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked and she got frightened. I was trying to get in and help her and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me and I ended up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right we can't. You guys are suicidal. Over a girl. I'm saving her. With or without you. Think about if it was you. Fine. Let's go save Glenn's damsel in distress. Oh yeah. That's even a weird account. Okay, this is the plan. We don't know how hard it's gonna be to get her out of that room. Yeah, it's boarded up. So we have to kill every one of them in here. Quietly. It always attracts these things. Now let's have a look around. Hmm. Oh man. She's eating something. So we got that one right there. Close. We can hide by that RV. If we're quiet and keep our heads down. We can hide by that pickup. I saw one lurking on the other side of that car. We can probably make it over to the RV. Or down to the truck if we're quick and quiet about it. We're a little naked out here. Except Carly's gone and we can't use that much. I'm not sure I can take them both out myself. Even if I had a weapon. I'm not sure I can take them both out myself. They really want to get into that room. They really want to get into that room. I wonder if there's anything in the pickup. I think I found a pretty damn good way to step these guys quietly. Now we just have to get it quietly. 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 We can do something with that car, I bet. If it weren't for that fella lurking near the front. Hmm? Hmm. I think there's only this shit here. Shit happens. I think there's no way to get into that one by the car without attracting the other's. Their groaning attracts the other's. Ow. Hey man. That drew some attention. Be careful. Oh. 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 Okay. Let's get back to that wall. Safe there. Hmmm. Oh. What's the last? Hmm. 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 Das Ding ist, ich glaube wir müssen es einfach machen bei dem Truck, weil wir haben nicht so wirklich eine andere Möglichkeit. Aber hier geht's dann. Ich bin fertig, zu versuchen, die Fenster auszuprobieren. Okay, dann halt nicht. Ja, ja. Okay, ähm. Das heißt, wir können es nicht kaputt schlagen. Hm. Ja, was müssen wir denn machen jetzt? We're going to need weapons. Yes, I know. Fuck. Ich vermute, ich können wir nicht einfach speichern und dann mal ausprobieren, oder? Nee, das ist nicht dafür gedacht. Okay, können wir die einfach zu uns herlocken? Nein. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Wir sind tot. Wir können es nicht schlagen. Aber wir können es nicht schlagen. Okay, jetzt bin ich gerade wirklich irritiert, was wollen wir denn überhaupt noch machen? Wir haben hier kein anderes Geld. Ich meine, wenn wir hier so drüber sind, dann sehen wir auch nicht mehr, außer... Und ich glaube, wenn wir drüben das selber machen, nochmal. Okay, wir können ja hier nämlich das genau dasselbe machen. Ich bin nicht sicher, dass ich sie beide selbst ausmüllen kann. Auch wenn ich eine Wehme hatte. Lass uns hier mal erwischen. Ich glaube ja. Noch noch ein Lelitos. Yes, he did. Okay. Hm. Was haben wir jetzt mit dem Unsinn hier? Nein, wir können die Scheibe nicht einschlagen. Wir können die Türe nicht aufmachen. Ich wundere mich, ob es irgendwas gibt. Äh, äh, warum speicherst du immer dort? Ich denke, ich habe einen ziemlich guten Weg gefunden, diese Leute zu schlafen. Jetzt müssen wir es nur schlafen. Ja, 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 ich weiß. Ich denke, ich habe einen ziemlich guten Weg gefunden, diese Leute zu schlafen. Jetzt müssen wir es nur schlafen. Jetzt müssen wir es nur schlafen. Hm. Hm. Oh ja. Ich meine, es gibt doch hier... Ich meine, wir können nicht diese Dose mitnehmen, mit der wir irgendwie Lärm produzieren könnten. Ähm. Hier können wir auch nur rüber gehen, können die Zombies anschauen. Wir können nicht weg, weg gehen. Wenn wir zu lang drüber schauen, wären wir nur gefressen. Da drüben können wir auch gehen. Spannender Bug! Genau, da drüben sind wir halt auch nichts gescheudes. There's a truck over there Maybe we can find you a weapon We should keep looking around for weapons I know, God Go ahead over to the right There's a truck over there Maybe we can find you a weapon Hm Hm Hmm Wie die Heckscheibe? Nö. Ich mein, wir haben ja noch nicht mal hier so einen Aktionspunkt dafür. Wenn wir hier hingucken, dann ist das. Wenn wir hoch gucken, dann ist es das hier. Wenn wir nach rechts schauen, ist es dasselbe. Ich frag mich, warum sie überhaupt die Möglichkeit nach oben gibt. Der geht auch nicht auf. Das ist wahrscheinlich eine schlechte Idee, hm? Der Moment, wenn wir nach dem Auto gehen, wird er genug Ruhe, um uns zu verletzen. Da ist ein Puck in der Trucke. Mäh, mäh, mäh. Ich kann andere mit dir auch schon gegenschlagen. Hey Mann, das hat mir ein paar Achtung gemacht. Bekommend. Was ist jetzt auch machen? Auch nichts. Ich bin fertig, zu versuchen, die Schmerzen auszupacken. Komm. Wir können etwas machen mit dem Auto, ich bete. Wenn es nicht von dem Mann lurken nahe der Front. Also, ich weiß ja nicht. Wir haben halt kein, wir haben halt nichts. Was sollen wir denn machen? Und ich meine, es wird hier sogar schon... Warte mal, was ist das? Ah, wow. Ja, okay. Und ich kann ein bisschen kissen. Was sollst du mit dem machen? Ich weiß nicht. Hast du keine Tricks für in die Fahrzeuge? Nicht ohne Tools, wir machen ein paar Geräusche. Und nichts mit Pillow. Ich bin fertig, zu versuchen, die Schmerzen auszupacken. Warum können wir nicht... Warum können wir nicht einfach das Fenster... Ja, ich glaube, wir müssen eine Kissenschlacht wieder empfangen. Weil das noch immer laut ist. Oh, okay, was ist das? Yes, das ist wie das funktioniert. Das war's. Das war's. Warum auch immer eine Zündkerze da liegt. Das war's. Starbeinsgerätätätätätätätätätätätätätäätätätäätätätäätätätätätätätätätätäätätätätätäätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätäätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätät Okay. Das tue ich immer noch nicht. Das Glirren der Scheibe war zu laut, oh nein, das würde Leute anlocken. Wir werfen jetzt diese zertretene Sparkplug hier rein. Oh ja, hm. Das könnte ein Gehirn ziemlich gut schrauben. Das ist genau das, was ich dachte. Ich weiß nicht, was geht. Ich weiß nicht, was richtig gut ist. Ja. Dann habe ich einen Key dafür bekommen. Dann dachte ich mir so. Komm. Wollen wir das nochmal nutzen. Äh. Was? Ich habe geklickt. Was? Ich habe geklickt. Okay, klicken ist nicht drin. Nein. Ja, weiß ich. Ich bin auch vom Parkplatz auch noch nicht so ganz überzeugt. Wenn wir mit dir supplyt, sah ich das. Stimmt. Ja. Oh rough, ich glaube. bewege Schau zu kaufen. Hm. Dude, where'd your weapon go? Into that ice-pick-sized hole. Holy shit. It's cool. Now we've got this. Are you two done? Yes. Are you? Please. Two more. That should help. Be careful dealing with the two upstairs. Yes, I know. I'll be careful. Also ich bin da, wo wir sind, oder? Warum schlagen Sie sich nicht hinter, nur wenn es in die Hölle geht? Okay, wir sind gleich hinter dir. Hey Isabella, was macht... warum findest du eigentlich die Serie nicht so gut? Was gemeint, dass The Walking Dead dich irgendwie gar nicht abholt? Also welcher Teil da vorne? Hallo? Hallo? Nicht Breakdown Door? Let's just talk first, but okay. Hallo in there. We're here to help. Please just go away. Let's go guys. In a minute. If you open up we can take you somewhere safer. We've got a group in town. No, no, no. She's in trouble. Miss, we're coming in. Again? You might want to break through that board first. Stop! Just stop! I'm coming out. You're hurt. Oh god. I... I said stay away. We need to get you help. It's too late for that. Guys, she's been bitten. What? I told you I said go away. I'm bit. But you wouldn't just leave. Let's calm down. You could be fine. I won't be fine. My boyfriend was bitten. You get sick and you die and you come back and you kill anything you can find. You have a boyfriend? Glenn? I don't want that. It's not Christian. Please. Just leave me. Please go. I like Glenn. What if you turn and follow us back to our group? I know. That was why I was locked away. I can't let this happen to me. You have a gun. So? Can I borrow it? What do you mean borrow? Give it to me? I can just, you know, end this and then there's no problem. Whoa, whoa, whoa. Please. I don't want to be one of them. They're... They're... Satanic. Give it to her. What? You can't be serious. Do it. No. Look at her, Carly. There's no happy ending to this. Okay. Fine. What? It's given... Thank you so much. I know how terrible this must be. We can't watch this. Let's go. We can't go yet. What? Why not? Because somebody needs to pick up the gun. Can't leave it. You two go on. Okay. You sure? Yeah. I'm here with you. You're... You're a good man. Hey, Glenn. Yeah. We had some close calls, but Glenn is fine and... Well, yeah. We're okay. I've got a few cans of gas for your pickup in the trunk of my car. Good to hear it. And things back here? Quiet. Our friend is still in and out over there. He won't survive any more stress. The next order of business is getting those pills out of the pharmacy. Okay. Hast du denn die anderen Episoden auch gespielt oder nur die? Nur die eine. Hey, guys. If you don't mind, I think my family and I are gonna rest for a bit. Let me know if that asshole over there takes a turn for the worse. You got it. I found this remote in the office, but I'm pretty sure the batteries won't fit. It needs the big, stumpy ones. Yeah, these are no good. How are we doing? Good. Wanna go have a look around outside? Yeah. Let's have a look around. Okay. Awesome. Now to distract those things carefully. I can't reach that brick. We're making progress? Well, that's a later. Okay. Now to browse our walls. This landsat espionage. I don't know. Or aah. Ask not spare. Ever the dolly point to buy. Showing you... If it is a rock too much... Every night is left A darn neighbor drunk. Jetzt ist die Zeit. Bezächtig. Bezächtig, bitte? Hey bud, I don't know what happened to mom and dad, but I know if you were there, you would have died for them, so uh, yeah, I'm gonna assume that's what happened. Did you find them yet? Give me a second. I'm sorry, man. I'm sorry I wasn't here. But knowing you were to take care of him to all of them, that helped. Yeah, that's how I thought he was just saying, that he was here. Fuck! Fuck! How often do you think? Oh, mein Gott. There we go. Holy crap! Run! Die haben sich auch erst umgedreht, als du Run und Holy Crap gerufen hast, du Idiot. Oh, mein Gott. Die Chancen. Great! Oh Gott, du bist unglaublich. Lass uns da rein gehen. Ach krass, wir hätten aber die Tür auch mit der Axt einschlagen können. Hm? Hm? Oh no. Shit. Oh Gott. We gotta hurry. Oh no. Oh no. Oh no. Das sind das Mom und Dad. Ja, von Doug. Da sind ein Eisbär-Vullober auch süß. Da geht's! Die Tür ist nicht mehr geschlossen! Scheiße! Du drei, aufhören! Ich komme zurück als schnell wie ich kann! Bleib weg von den Schrauben! Dad, wir brauchen Hilfe! Hurry! Hey, Lee! Wenn wir nicht durchführen können, sollte man wissen, dass du ein großartiger ist. Wir werden durchführen! Wir werden durchführen! Doug, wenn wir nicht durchführen können, sollte man wissen! Ich sollte wissen, was? Du sagst, ich sollte wissen... Scheiße! Oh, come on! Du bist sicher? Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Okay, dann! Kimmintai! Kannst du schauen mit etwas, um in zwischen den Händen zu halten? etwas wirklich starkes, okay? Okay! Kommandai! Kommandai! Hast du nichts gefunden? Nichts! Oh, warte! Das Schrauben ist verrückt! Go! Ich habe etwas gefunden! ainda nicht! Ich habe etwas gefunden, oder was aber nicht! Es geht hin zum ich! Es geht meinem Weg bin! Es geht bin! ja munition oh mein Gott oh Alter was ein Assi oh 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 Ich frage mich ja, wie sie das mit Larry jetzt gleich machen. Man, Clementine! So. Oh ja. Dark is dead. Das ist schon ein bisschen arg. Also es ist schon arg, dass man hier echt öfter mal Entscheidungen treffen muss, wer stirbt und wer nicht. Und ich würde tatsächlich gerne herausfinden, ob man das dann anders machen könnte. Weil das Problem ist, ich weiß so ein bisschen was über das Spiel. Und zwar über so Gameplay-Mechanik. Und zwar, dass es oft die Entscheidungen, die man trifft, das ist keine Entscheidungen für... Also, dass man teilweise Entscheidungen trifft, die dann gar nicht so umgesetzt werden. Weil ich hab da irgendwie mal einen Artikel zu gelesen, dann war es irgendwie... Ja, die... Hm. Die Frage ist, Yoshi, B. Glaubst du nicht, dass sie zwischendrin nachgeladen hätte? Und ich meine, sie hatte... Also... Also ich glaub, dass sie... Ja, aber du kannst ja... Du kannst ja einzelne Patronen aus einem fertigen Magazin rausnehmen und in ein Magazin wieder reintun. Oder einfach das Magazin wechseln. Das ist ja... Sodass das vordere Magazin eben in der Waffe ist. Das ist ja kein Ding. Also du kannst auch Kugeln wieder aus einem Magazin rausnehmen. Ohne, dass du sie abfeuerst. Ja. Das ist nicht so das Problem. Hm. Und ich frag mich, ob wir überhaupt Dark retten hätten können. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Naja. So, die Frage ist jetzt... Mach ich jetzt hier noch weiter? Oder ist es als eigentlich doch... Jetzt doch eigentlich ein ganz gutes... Oder Punkt, wo man... Wechseln könnte. Hm. Wechseln? Hm. War mir klar, dass du das sagst. Hm. Ich glaub es ist tatsächlich ein guter Moment. Genau. Also dann hier an der Stelle... Vielen Dank nochmal an die Entwickler für ein Key dafür. Wird es mir vermutlich selber nochmal ein bisschen anschauen. Äh. Äh. Auch vielleicht einfach nochmal diese Anfangs-Section, um zu schauen, wie das denn wirklich ist. Ob man da sich entscheiden kann. Ähm. Ähm. Wie man Dinge macht. Oder vielleicht werde ich es auch einfach nachlesen. Dann hab ich einfach diesen Speicherstand und kann daran weiterspielen. Ähm. Naja. Würdet ihr denn gerne mehr davon sehen? Von... The Walking Dead. Die ist halt, naja. Es ist halt wieder... Es hat halt dummerweise manchmal wieder diese Pointy-Clicket... Äh. Problematik. Ähm. Naja. Sonst. Die Story eigentlich ganz cool. Tut. Jetzt hab ich dann. Achونrenches mit den Umbraten… Es existiert ja die Tat今 mir. Myim ada aus dem Lagos auf dem Game 위chleucker. Oh, da ist jetzt noch nicht alles.